Die noch nicht verdaute Krise hat, glaube ich, deutlich gezeigt, Gewinn ist nicht alles. Aber ohne Gewinn ist alles auch nichts. Und es ist keine Frage, dass Gewinnstreben unerlässlich ist für den Selbsterhalt von Unternehmen. Es ist aber nicht deren alleiniger Daseinszweck. Und Gewinnmaximierung deshalb auch nicht das eigentliche Ziel. Es fängt ja schon damit an, was versteht man eigentlich unter Gewinn? Also Herr Tagge, die 3,7 Milliarden Ergebnisse sind EBIT. Ist das Gewinn? Ist es Cashflow, ist laufende Geschäftstätigkeit? Ergebnis nach Steuern, was vorhin angesprochen wurde? Ist es langfristige Aktienrendite? Ist es gar, erfolgreiche Kunden zu haben? Oder, was ganz besonders wichtig ist, es ist ein Gewinn, exzellente und zufriedene Mitarbeiter zu haben. Vieles mehr könnte man hier aufzählen, denn Gewinn hat viele Dimensionen. Je nachdem, aus welcher Perspektive man, und das spreche ich jetzt hier ganz bewusst, Stakeholder-Perspektive, man das Hochleistungssystem des wirtschaftlichen Handelns, gerade hier bei uns im Lande, betrachtet. Und dieses Chart hier zeigt ja nur einen Ausschnitt. Da könnte man noch viel, viel mehr reinpacken und ich gehe auch gar nicht ins Detail. Fakt ist, nicht nur Shareholder haben ein Interesse am Gewinn eines Unternehmens, sondern viele Gruppen. Gewinn ist auch nicht abstrakt, sondern wird von Menschen erarbeitet, ganz handfest und konkret. Provokativ verkürzt, möchte ich sagen, Gewinn ist letztlich das Ergebnis erfolgreichen Handelns, unternehmerischen Handelns. Oder, noch kürzer, Gewinn ist der Maßstab für die unternehmerische Effizienz. Was ist also dann das oberste Ziel? Oberstes Ziel ist aus meiner Sicht, und es ist nicht neu, ich erzähle hier nichts Neues, Wert zu schaffen für alle Stakeholder.